Denkt sich halt dasselbe, ne? Wer sind diese asozialen Viecher, die da so rumschreien? Eigentlich kann man ein Plural draus machen. Wer ist das asoziale Viech, was da die ganze Zeit so rumschreit? Ne? Bei den harten Übungen, ne? Man muss ja auch rauslassen, ich kenn das ja. Bei mir war so, du hast irgendwas drauf und du bist so... So. Hier kommt ein Originalsound von Flair. Wir kamen ins Fitnessstudio, es waren 8 Leute da. Nach einer Stunde war noch eine Frau da. Eine Frau, ne richtig gepflegte, cool, hat da ihren Astralkörper gepflegt. Wir sind fertig mit der Einübung, sie legt ihr Handtuch dahin, wo wir gleich ein Übung machen wollen, meinte Flair so... Was ist hier? Machst du, äh... Ja, ich wollte da ganz kurz was machen. Oder wollt ihr machen? Ne, ne, wir sind hier drei Leute, das geht... Meinte so, okay, dann mach ich schnell. Da unterhält sich, kam mit einem Typ, meinte so, ja, ja, komm...